Und nochmal ne Runde warten, warten, warten. Das besteht hier nur aus Warten alles. Taiti, taiti, taiti. Ich könnte ja noch was erzählen. Habe ich was zu erzählen? Nee, aber ich merke das schon wieder ins Mikro nuschel. Entschuldigung. Mach ich natürlich voll nicht mit Absicht. Mach ich mit Vorsicht. Jut. Die Roten, die Roten. Ich wette, die Roten, die verkacken gegen die Blauen. Äh, gegen die Grünen. Weil wir uns so mit denen anfreunden. Und immer die, mit denen wir uns anfreunden, die gehen drauf. Und die haben ja gar keine... Die haben ja kaum Fahrzeuge, mit denen wir uns unterstützen könnten. Hier so zwei Wasserfahrzeugis. Hm. Fabrik, Unterhaltung. Eigentlich macht's ja Sinn, zuerst die Fabriken kaputt zu machen. Nur so als taktische Überlegung mal. Feuern! Yippie, yay! Und wir haben noch nicht eine Stadt erobert. Ich spiele schon wieder anderthalb Stunden. Oh, 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 oh. Das könnte problematisch werden. Hier, guck mal, nimm das. Und wir sind noch nicht mal auf der Hälfte von der blauen Skala. Oh, oh. Das kann noch dauern. Das kann noch dauern. Hier, nimm noch mehr. Nimm alles. Schön, dass man sich Freundschaften kaufen kann. Das ist wie im normalen Leben. 50. Auf 60 müsste dann... Auf 60 müsste dann der grüne Bereich erreicht sein. Nehme ich jedenfalls mal an. Huioioioi. Wirtschaftet mehr. Los, wirtschaftet. Ich weiß, ihr könnt es. Feiert mehr und wirtschaftet mehr. Kann ich noch irgendwo was hinbauen? Hier noch. Guck mal, dann geht's denen noch besser. Ich mach's einfach mal. Feiert mehr. Los, feiert. Quatsch. Dankeschön. Mann, sie hören auf mich. Cool. Ich glaub, dann verdoppelt sich das immer. Mir geht's gut und ich bin militärisch voll ausgestattet. Das ist schon mal toll. Und jetzt kommt das Riesenvieh und macht mir wieder alles kaputt. Ich wette drum. Hallo du, nimm Geschenke. 56. Das wird so lange dauern. Und vor allen Dingen braucht es immer mehr, um einen Punkt zu kriegen, oder? Habe ich mich verguckt. Ne, eben waren's... Waren's eben 53? Ich weiß nicht. Moment, ich schenke euch mal 1000. Und 57. Also 1000 sind ein Punkt. Dann müssen wir jetzt noch 3000 ihnen schenken und dann müssten wir auf Freundschaft kommen. Na, das warte ich jetzt noch ab. Dann schenke ich denen gleich mal 4000, wenn wir soweit sind. Und probier das mal. Bitte, bitte, befreundet euch mit uns, bitte. Ich hätte so eine Wirtschaftsnation machen sollen. Das wär cooler gewesen. Wobei wir momentan eh als Wirtschaftsnation spielen und nicht viel kaputt machen. So, wie's aussieht. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich gesagt hab, dass die ersten Phasen meine Lieblingsphasen sind. Weil diese Phase einfach enorm anstrengend ist. Wenn man dann nicht schon total viele Städte hat und dann sagen kann, ja, pff, lass mich doch. Und machen kann, was man will. Aber das hier ist dann echt zum Teil schwierig. Immer noch nicht. Dann muss ich auf 70 kommen. Hey, 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 hey. Wir haben ja noch Zeit, ne. Sind noch 6 Minuten, bis die halbe Stunde rum ist. Dann werde ich ein Aufnahmepäuschen machen. Wenn meine Festplatte nicht voll läuft. Dann muss ich ganz viel rendern, 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 rendern. Danke ihr. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid die einzigen, die mich lieb haben. Ich mag euch. Auch wenn ihr nix drauf habt. Immer die, mit denen wir uns befreuen. Die haben nix drauf. Ich könnte euch erobern. Hm. Will ich die erobern? Nee, dann kommen die Blauen und machen mich kaputt. Die sind erstmal ein schöner Puffer. Die sind ein schöner Puffer. Ich missbrauche die einfach so, als greif zuerst mal die an. Hallo, ich habe Geschenke. Bitteschön. Yeah. Unsere Freunde. Unsere Freunde. Unsere Freunde. Oh yeah. Aber heißt das, ich muss die erobern? Weil ich jetzt hier keinen... Nee, bitte nicht. Ach nee. Das wäre so uncool. Das wäre so uncool. Dann wären die ganzen Mühen umsonst gewesen. Hey ihr. Hens. Okay, der will immer noch Gold dafür haben. Oder Spore Dollars. Oder was auch immer. Da müssen wir ein bisschen sparen. Und dann gehen wir einfach mal da hoch. Und greifen die Stadt da an. Ich glaube, das mache ich. Mal ausprobieren. Gucken, ob es geht. Guck mal, wie viele Gewürzquellen die Gelben schon haben. Finde ich nicht korrekt. Finde ich nicht korrekt. Kämpft ihr eigentlich da oben schon? Ein Geschütztürm. Zwei Geschütztürme. Drei. Da ist eine rote Quelle. Da ist ein grüner. Das sind alles Wasserfahrzeuge, was sie hier haben. Das wäre ganz cool, wenn wir die Stadt da obern könnten. Das wäre ziemlich abgefahren. Wir haben jetzt auch genug. Ich glaube, das probiere ich nochmal schnell. Das probiere ich nochmal schnell. Pass mal auf. Hey ihr. Das ist Hens, ne? Ja. Hens. Okay. Beeilung. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Da ziehen sie los. Oh, yeah. Guck, die legen schon los. Ah, schön. Oh, ja, das ist eine große Hilfe. Das ist meine große Hilfe. Wie ist der Turm? Oh, Spannung, Spannung, Spannung. Das könnte fix gehen hier. Das könnte echt relativ schnell gehen. Ich glaube, die haben wir im Sack. Die haben wir sowas von in der Tasche, die Jungs. stirbt. Stirb, Stadt, stirb. Los, komm schon, komm schon, komm schon. You can do it. I know you can do it. Tata, tel, tel. Und wir haben noch nicht einen verloren, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. T gast Sache. Wow. Wow. Und wir wirtschaften derweil. Oh, es läuft, es läuft. Ich habe mich mit der Blaunation verbündet. Warum das denn? Lass ich mit... Warum sind das alles meine Verbündeten auf einmal? Warum? Du hast unseren Feind bekämpft. Ah, guck mal. Guck mal einer an. Oh, yeah. Könntest du der Waldnation den Krieg erklären? Wer ist denn die Waldnation? Die Grünen? Na klar. Hey, 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 hey. Stopp hier. Stopp hier. Das ist jetzt meins. Hey, stopp. Hallo. Das ist meine Stadt, ne? Was soll der Scheiß? Halt auf damit. Hört ihr auf damit. Das war meine Stadt, ja? Was soll der Scheiß? Sehe ich mal nicht ein. Wenn ich jetzt hier hingehe, greifen die mich wieder an. Warum greift ihr mich an, ihr Schweine? Hört ihr damit auf? Kommt mal nach Hause, Leute. Irgendwas backt hier ein bisschen rum. Warum greifen die mich an? Das sind doch meine Kollegen. Warum mögen die uns nicht? Du hast einen Krieg erklärt. Du bist eine Bedrohung für uns. Was soll denn das hier? Das ist doch meins. Ich hab's erobert. Und warum hab ich hier keinen... Muss ich die echt alle platt machen? Das ist ja voll doof dann. Das ist ja voll doof. Hey, ihr. Kommt ihr bitte mal nach Hause. Warum geht das nicht? Kommt schon. Hier hin. Warum? Warum, 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 warum? Versteh ich jetzt nicht. Kann man sich mit Militärnationen am Ende nicht verbünden? Hm. Hens wurde erobert. Ja, eigentlich ja von mir, ne? Und nicht von euch. Ihr Kackbratzen. Pass mal auf, wenn die jetzt geheilt sind, dann geh ich da hoch und mach die platt. Und das ist dann meine Stadt, ja? Meine alleine. Und nicht die von den Blauen. Und dann mach ich noch die lilanen platt. So, heilt euch mal alle. Mehr Fahrzeuge kann ich nicht machen. Aber sie haben alle überlebt. Das heißt, unsere Fahrzeuge können ja nicht so schlecht sein. So, komm mal her. Kommt mal ganz schnell her. Bevor ihr drauf geht, möglichst. Was haben die denn da? Was haben die denn da? Strange. Wo lade ich denn der lang? Ach, der läuft außen rum. Na ja, mach mal. Ach, das sind ja die Gelben. Greif mal an. Die Gelben. Ach, die Gelben haben die Lila nun gerade erobert. Ja, ne. Gibt's ja nicht. Ist nicht. Meine Stadt. Weg mit euch. Puh. Habe ich eine Stadt erobert? Sag mir, dass ich eine Stadt erobert habe. Das ist aber nett von dir. Und ihr könnt mal den da kaputt machen. Hier geht dann mal bitte wieder... Moment, wie viele? Elf von elf. Da kommen mal bitte so viele nach Hause. Hier hin. Der Rest bleibt da oben. Hier steht da ganz gut. So, jetzt wollen wir erstmal die Stadt ein bisschen planen hier. Wie schaut's aus? Wir nehmen mal... Erstmal ein Häuschen. Dann eine Fabrik. Dann sowas. Damit's euch wieder gut geht. Und dann noch... Warum ist die Stadt eigentlich so klein? Noch eine Fabrik. Dann geht's euch schlecht. Nochmal so ein Ding. Ja, so sind die ganz glücklich. Und dann natürlich genügend Geschütztürme. Aber wir haben's ja jetzt. Oh, langsam geht's voran. Ups. So. Wenigstens etwas erreicht. Da kommt ein Gelber. Wo ist der Gelbe? Guck mal her. Oh, nee. Da ist das Riesenvieh wieder. Leck mich doch. Bleib bloß weg. Ich führe Krieg gegen die. Gegen die hier. Naja, wenn ihr das sagt, dann will ich's wohl glauben. Ich will mehr Landfahrzeuge. Und schick mal noch... Zwei. Dich hier auch noch. Euch zwei schick ich mal noch nach Hause, falls sie hier ankommen. Und angreifen. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen hier gerade. Obwohl, wo seid ihr beiden denn? Kommt mal her. Übernehmt mal bitte die hier. Das ist nämlich meine. Witz ja nicht. Dann gleich mal die Collagen mitmachen. Hier, Abmarsch. Hoch da, hoch da. Zerstören. Oh! Die... Hä? Ich bin nicht mehr mit der... Mit euch bin ich nicht mehr verbündet. Warum nicht? Ähm... Du bist eine Bedrohung für uns. Grenzen sind zu eng gesetzt. Militärische Nation. Deine Nation ist zu groß. Und der Rest geht mal wieder schön hier nach oben. So, ihr hier. Geschenke, bitteschön. Seid nett. Mehrgeschenke. Na, immerhin. Das war dieser Grenzen, dieses Grenzending wieder. Weil wir jetzt mit den Blauen direkt angrenzen. Oh, die Gelben sind schon mal weg vom Fenster. Jetzt könnte es spannend werden. Und in diesem Moment werde ich jetzt speichern. Weil nämlich, äh, die Zeit langsam um ist, bezüglich Festplattenplatz und so. Und deswegen sage ich einfach, boah, das ist voll anstrengend gerade. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und...